Du Scheiße. Bist du drin? Ja. Krass, ne? Jetzt habe ich wieder einen Schlagstock. Ja. Das ist wenigstens etwas. Besser als nichts warten tue ich für Slot 1. Oh Gott, ey. Kann man ja auch zusammennehmen, ey. Was ist denn das? Lässt du die Spritze auch liegen? Ich habe jetzt sieben Spritze. Ich habe sie mitgenommen. Ich habe jetzt wieder fünf. Ja, komm, ich habe sieben Stück. Warte mal, ich gebe mir eine, dann habe ich sechs. Das reicht doch auch, ganz ehrlich. Nee, ich habe sechs. Ja, dann habe ich fünf, genauso wie du. Machen wir das so, ja? Ich schütze mich, ja. Dass wir gleich viel haben. So, mein Klinchen beschützt mich jetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter, ne? Na, gleich stehen wir vor Saurard im Zweiten hier. Ist da Wasser? Oh nein, ja. Nee. Erstmal schön runter. Was? Ich sehe voll verschwommen alles nur jetzt. Na super, das sind ja super Voraussichten. So sehe ich das auch die ganze Zeit. Ich erst ab jetzt. Ich... Oh, fuck. Alter, das ist doch scheiße, kommt da irgendwas. Er ist in den Raum. Ey, das spricht immer. Nein. Ich weiß, das ist doch nicht. The Black Day Ich will gar nicht weiter gehen Gehst du die ganze Zeit? Ich lauf die ganze Zeit weiter, ja Obwohl es mir vorkommt, dass ich immer an der selben Stelle ankommen LOL, was war das denn? Bei dir auch gerade so ein kleiner schwarzer Strich? Ja so Ja ne, bei mir auch Er hat aufgehört zu labern, das ist kein gutes Zeichen Ja, ich stehe jetzt hier die ganze Zeit durch Ich auch Ah doch, da ist ne Endtür Gleich kommen uns 10 Monster entgegen Ja, du bist durch ne Tür WTF? WTF? Nein da ist ne Tür Was ist da? WTF? Gott AH! Gott was ist denn Alter! Was ist das? Was ist denn das? Hä? Wo kommen die Monster her? Ich bin echt tot. Schon wieder. Nein! Ja. Ihh der krabbelt. Der krabbelt ja. Alter was für ein krankes Spiel. Boah ich bin auch tot. Junge. Meine Fresse ey. Vor allem da kommen dann Krabbelspastis auch. Für die habe ich überhaupt keine Munition. Oh ne ey. Alter. Kann ich aber so richtig darauf verzichten. Was ist denn da für im Kopf auch? Der tut einem was wenn man nur ran... Ja hast du das schon ausprobiert? Nee hab ich nicht. Aber man kriegt nur Schaden. Ich habe Schaden gekriegt als ich zu nah an den Rang gekommen bin. Alter Mann. Überall kommen Viecher her ey. Als hätte ich nichts besseres zu tun. Komm hier jetzt durchsprinten einmal durch den Gang. Ja so viel ausdauert der Spasti ja nicht. Ja ne da los zwei Sekunden dann ist das schon. Ich wollte es gleich. Das ist bestimmt der Kopf von dem der sich den Kopf weggeballert hat. Ein bisschen Munition habe ich noch für die Krabbelspastis. Ich habe überhaupt keine Munition mehr. Da kommen doch noch Krabbelspastis von denen. Aber ich gucke mein Kalinchen. Und das ist... Jetzt verwuschelt. Alter was wenig aus. Aber kann man nicht irgendwie hier einen Skillbaum oder so? Und dann entdecken wir im letzten Level so ein Skillpunkte. Also nachdem wir es abgeschossen haben. So ein Skillpunkte System. Ja genau. Das gibt es aber nicht. Ne leider nicht. Ne leider nicht. Boah ey dieser Gang ist so übertrieben lang ey unnötig. Ohne Witz ey. Gibt es Sheets? Man. Man. Man cheats nicht. Das ist so. Ja weiß ich. Eines Let's Players würdig. Alter. Dieser Waaaah. Das. Das ist schon die Tür. Du bist schon an der Tür wieder. Ah ja. Dieser Kopf alter ohne Witz man. Kommt raus ihr Viecher. Ja kommt doch. Kommt doch ihr Pussy. Aua. Bumm tot. Bumm tot. Bumm tot. HEE 않은. spilledoptermaide. Vroom hoch. Ich kann sie überhaupt nicht töten. Die sind. Mit dem Schlagstock einfach zwei Schläger. Ja die aber die um Den krabbelsten die. Ja ne. Die kriegt man gar nicht. Aber ich habe jetzt noch bisschen Mutte für den. Ich hoffe das geht. Oder ist von dir. Ja, der eine ist tot, gut. Der ist auch tot. Ich habe nur noch zwei Schuss. Ich habe keine vier Schuss mehr. Ich kann das gar nicht. Du musst dann den Kopf kaputt machen oder was? Nee, da geht es nicht durch oder wie? Ja, da geht es durch. Du musst nur diese paar kaputt machen und dann kannst du das durch. Also den Kopf kaputt machen. Aber ich komme ja nicht an die... Schlagstoff. Kacke, Mann. Heilig. Was? Oh, ich sehe nichts. Alter. Bist du? Nein, ich sehe nichts. Alter, wie viele denn? Ich sehe überhaupt nichts. Alter, ich sehe überhaupt nichts. Ich gehe auf das Licht. Okay, jetzt kommt Musik. Ist noch da? Ja. Nein, dieser Kopf war aus der ersten Folge, wo man diese Fotos gemacht hat. Stimmt. Okay. Ähm, wenn du da durchgehst, die Tür aufmachen willst, da kommt ein Kettensägen-Typi. Du brichst aber ein. Aua! Die kommen ja hinterher, die Bastarde! Und wenn ich soweit überhaupt komme. Du, 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 ähm, du brichst ein und da sind wieder ganz viele solcher Typis. Geh einfach auf das Licht zu, dass du dann mehr Seeweite, wie du die dann wegmachen kannst. Ich muss erst mal die Krabbelspastik besiegen ohne Munition. Lauf doch einfach durch. Ja, stimmt. Okay, durch die Tür geht's durch. Ich will nicht mehr, Alter. Hä? 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 Man ist dann... Okay. Jetzt ist man wieder hier in dem blutigen Raum. LOL! 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 Ey, man ist wieder in dem blutigen Raum, ne? Und da ist jetzt nicht mehr der Gang nach unten. Da liegt jetzt ne Fuse. Jetzt liegt da... Gib dir die Spritze, du Spacko. Oh ey, das ist ja scheiße. Warum kann man denn die Fuse nicht stapeln? Was soll ich denn jetzt weg tun? Soll ich das Schnellschuss bekommen? Ich muss das Schnellschussgewehr wegtun. Kann ich eh nicht mit umgehen. God damn it, Alter! Oh, da ist ne Fuse. Ach, du bist da schon? Ja. Ich bin einfach durchgerannt. Ich hab die Monster gar nicht beachtet und bin einfach durchgerannt. Ja, was tust du weg? Die Schnellschuss. Ich auch. Ja, hä? Und jetzt? Wo geht's weiter? Ich werte, das ist ein großer Fehler, die Schnellschuss wegzupacken, aber es bleibt mir nix an der Super-Spektive. Was ist das denn? Wo geht's ja weiter? Hä? Guck mal hier ist... Wenn du durch die eine Tür gehst, ist da nur ein Raum. Mit nichts. Steht das zurück, oder? Nee, da. Hä? Loll. Ist hier irgendwo ne Tür oder so? Oder kann man irgendwas einschlagen? Das ist sehr unwahrscheinlich mit einem Schlagzeug... Schlagzeug. Der Schlagzeug, irgendwas einzuschlagen. Die Lampe? Ja. Ich geh wieder raus. Ich auch. Ich geh da durch jetzt, durch die andere Tür. Ich geh jetzt wieder zurück. Hey, jetzt ist man wieder draußen. Loll. Ich steig nicht durch. Ich steig übel nicht durch. Die Frage ist jetzt natürlich, wo müssen wir wieder hin? Wir müssen ja jetzt irgendwie hier wieder rauskommen. Hey, wir müssen doch da hin, wo wir die zwei Fuses brauchen, oder? Ja, aber wir müssen ja irgendwie dafür aus dem Ding hier wieder rauskommen. Na, zurückgehen, oder? Ja, du kommst ja nicht mehr durchs Fenster durch. Oder ist jetzt ne Tür unten auf? Warte. Wir müssen wieder... Wir müssen wieder... Beim Fahrstuhl... Beim Fahrstuhl kannst du jetzt da einfach einen Stock runtergehen.